auf das ende von oliver glasner als trainer von eintracht frankfurt aber noch nicht jetzt erst im sommer erst in vier spielen ein paar wochen drei bundesliga spiele ein dfb pokal spiel ein dfb pokal finale um genau zu sein sind noch vor der brust hat sich lange lange angebahnt das war jetzt über mehrere monate kann man fast schon sagen in the making ist ja also was interessant daran ist finde ich ist dass es gekippt ist von erst zu der frage von der ersten frage macht glasner bei der eintracht weiter oder zieht er weiter zu einer zum nächst größeren klub zum nächsten karriere schritt ja ist es gekippt zu glaube ich wir wollen glaube ich auch selber nicht mehr haben ja es ist wirklich viel passiert bei der eintracht hat man so ein bisschen dass ich sag mal dass er rauschen im walde in den letzten monaten wenn man das so ein bisschen verfolgt hat wusste man dass es hinter den kulissen knarzt und kracht und das relativ regelmäßig glasner immer wieder in richtung krösche geschossen auf pk ist darauf dass der kader nicht richtig zusammengestellt ist dazu muss man sagen glasner hat über mehrere perioden positionen und wunschspieler genannt die er nicht bekommen hat das ist der spielstarke sechser ist bei der eintracht seit zwei jahren ein vakuum und trotzdem wenn ich auf jetzt 20 23 nur gucke es ist für mich die sportlich richtige entscheidung denn für mich also erst mal sportlich katastrophe des jahres nicht darüber reden nur weil du das zwei pokal spieler gewonnen magdeburg ziehe ich da nicht mehr mit rein sondern ich zähle nur union stuttgart in die krisenzeit mit rein das heißt du hast zwei pokal spiel gewonnen supergut pokalfinale großer erfolg einfacher weg ins finale und in der liga währenddessen komplett auseinander gebrochen eindeutig stimmt was nicht zwischen mannschaft und trainer die trapp aussagen vor zwei wochen waren kein zufall von kevin trapp einem der cleversten spieler bei der eintracht jemand der immer genau weiß was er sagt und der nur dann zunder gibt und eigentlich immer gegen seine kollegen wenn es mal von nöten ist das heißt da passt auch ganz eindeutig was nicht und dann und da muss ich mich so ein bisschen selbst hinterfragen sehe ich aber online die ganzen reaktionen von vielen leuten die der eintracht da jetzt quasi sagen das wäre eine katastrophale entscheidung gewesen und das sehe ich einfach nicht denn und das ist mein wichtigster punkt ich habe das gefühl gehabt dass glasner in den letzten monaten bewusst brücken verbrannt hat und einfach kein trainer von eintracht sein wollte das war mein eindruck also ich kann nicht zustimmen wenn das heißt eine katastrophale entscheidung aber eine katastrophale entwicklung über das ist nicht mal ein jahr her da ist man zwar die beste hinrunde der eintracht geschichte hat man die europa league gewonnen es war die beste hinrunde unserer unserer vereinsgeschichte und jetzt ist ein trümmerhaufen ich weiß noch wie wir anfang der saison beziehungsweise wie ich dich nötigen wollte dass du eintracht frankfurt zur neun nummer drei in deutschland irgendwie da hast du dich schon gegen gewehrt und ich dachte wieso ist doch eigentlich alles da ist doch so viel da und jetzt ist halt irgendwie wieder so ein trümmerhaufen ich will ich muss auch sagen jetzt keine also wunschtransfers die nicht gekommen sind hin oder her baustellen im kader hin oder her das kann man alles bis zu einem gewissen grad anführen und damit könnte man zum beispiel rechtfertigen wenn man nach der hinrunde es nicht geschafft hätte den champions die platz zu verteidigen und eventuell auf platz sechs bis acht abgerutscht wäre aber es ist schlecht es ist schlecht und wenn man auf oliver glasnach punkteschnitt schaut ist er sowohl schlechter als der von niko kovac als auch schlechter als der von adi hütter das ist fakt und mindestens niko kovac hat zwei saison auch man kann es nicht sagen mindestens niko kovac hat einen signifikant schlechteren kader gab da brauchen wir 100 prozent und adi hütter hat dieselbe belastung gehabt adi hütter hat auch international gespielt die ganze zeit eine sache die mir aber wichtig auch zu sagen ist im blick auf die eintracht die art und weise der tonfall heute in der in der pressemitteilung die schlammschlacht in der bildzeit in den letzten wochen das schmeckt mir nicht so richtig das passt mir nicht gut rein da würde ich auf jeden fall auch das da sehe ich warum viele Leute das kritisieren das sehe ich komplett aber würdest du denn jetzt den oder die schuldigen ausmachen weil also als außenstehender der wirklich nicht viel mit der eintracht bubble zu tun hat denke ich mir so okay man hört von einem disput zwischen sportdirektor und trainer und da bin ich grundsätzlich immer der meinung es dürfte eigentlich nie der sportdirektor diesen machtkampf gewinnen weil das ist selten in der in der fußballgeschichte super gut ausgegangen red auerbach ist ein legendärer mba coach und der hat irgendwann mal den satz geprägt wenn ich das abendessen kochen sollte dann sollte ich auch die zutaten einkaufen und weil er trainer war und es ging nämlich genau um diesen fight zwischen general manager sportdirektor und dem trainer und er hat gesagt das ist doch wahnsinn was er hier macht ich soll das produkt hier zusammenbringen warum sagt der typ womit ich das mache und das was hier mir nicht zu kurz kommen soll ist dass marcus krösche keinen guten record hat bei der eintracht bis jetzt das ist so wenn man auf die marcus krösche transfer schaut sind die nicht toll gewesen bis jetzt also preis leistung finanzielle möglichkeiten von eintracht frankfurt ist jens peter hauge einer der schlechtesten transfers die bundesliga seit 2000 und alario und alario also also das sind einfach 20 millionen legit die man da verbrannt hat für die beiden und wenn du schon im kadermanagement das so verbaselst dann solltest du vielleicht nicht die beziehung zu deinem trainer vor die wand fahren was man sagen muss als oliver gnaßner bei wolfsburg ging und dann in frankfurt gelandet ist hat man gesagt haha der blöde schmadtger hat sich mal wieder mit einem trainer überworfen und jetzt landet der in frankfurt und das ist keine keine schmadtger ich wollte gerade sagen es ist kein schmadtger redämpchen akt der los geht denn jörg schmadtger hat sich nachweislich mit vielen leuten gestritten und vielen trainern auch gestritten in seiner karriere aber wenn man auf oliver glasners weg als trainer schaut und vor allem schaut wie die station zu ende ging weil auch in wolfsburg war es in den letzten monaten sehr motziger ton erwarten sehr dünne haut gezeigt leicht hochgefahren also es ist das abziehbild von dem was ein bisschen abziehbild von dem und da wollte er weg und ich bin und das deshalb was ich gerade eben gesagt habe ich hatte den eindruck seit monaten dass oliver glasner so kommuniziert wie er kommuniziert weil er eben zumindest den leichten gedanken im hinterkopf war zu sagen wenn ich nicht mehr da bin ich nicht mehr da und ja und das war auch mein eindruck dass er jetzt einfach für sich den nächsten schritt plant das waren ja auch die ersten gerüchte im sinne von mal gucken ob glasner vielleicht im sommer angebote aus der premier league bekommt und ab da hatte ich das gefühl ging es auch was den tonfall anging genau und da bin ich dann als als fan und nur als fern und mich als jetzt derjenige der videos macht wenn ich das gefühl habe der typ der auf der trainerbank sitzt hat keinen bock da zu sitzen auf wiedersehen go on my friend my friend da macht ihr eine gute zeit ich habe heute oder weil man hätte ja jetzt auch schon also ist gut dass es nicht so gekommen ist angesichts der sportlichen entwicklung aber wenn glasner gewollt hätte hätte ja auch jetzt schon längst ein vertrag unterschrieben sein das ist der glasner der irgendwo wartet und der sich zeit und raum erbeten hat und ich glaube auch tatsächlich dass er eventuell einfach gehen wollte und das ist einfach nur spekulat zu meinerseits vielleicht ist auch viel des frustes der bei ihm jetzt auch zutage tritt auch weil ich sag mal so seinen chancen auf den bestmöglichen neuen club haben die letzten wochen jetzt auch kein gefallen geht überhaupt nicht ich überhaupt nicht ich habe auch zu so ich habe mir auch gedacht seine aktien sind während dessen so gefallen seit anfang dieser geschichte ich habe heute eine überschrift gesehen ich habe den artikel nicht gelesen weil ich keinen spiegel plus habe aber er hat eine überschrift drin gehabt die genau das ist worauf ich auch hinaus wollte und derjenige der die geschrieben hat und so weit ich habe wie gesagt nicht gelesen deswegen kann ich den autor nicht nennen kennt sich eindeutig mit der mba geschichte aus und mit pet riley einem der größten gewinner in der geschichte der mba und der hat mal den begriff von der disease of more geprägt und ich habe es euch schon mal gesagt das ist quasi nach einem großen erfolg nicht mal nach einem großen erfolg aber nach nach einem erfolg passiert häufig in gruppen etwas ähnliches jeder einzelne in der gruppe möchte mehr und das sind verschiedene sachen die der die eine möchte mehr geld und der andere möchte mehr anerkennung und der andere möchte mehr spielzeit und der möchte einen größeren klub und der trainer möchte bessere spieler jeder will jeder will jeder will und bei der eintracht wenn du darauf guckst ne 100 prozent ist das der fall guck auf der ichi kamada guck auf evan dicker die jungs übrigens by the way wenn die so begehrt wären wie sie selber sich auch glaube ich dann wäre vielleicht schon was passiert inzwischen dann würden wir jetzt nicht darüber reden dass er vielleicht zu benfica geht oder so ohne disrespekt zu haben und ich glaube der erfolg bei der eintracht ist das was jetzt das hatte man einfach noch nicht weißt du man hatte es nie und jetzt hast du es und du musst quasi von einem moment weiter denken denen der geschichte von eintracht frankfurt in den seit 42 jahren da hat man natürlich schon mal den europa cup gewonnen war es noch nie da und muss plötzlich weiter denken und dass währenddessen so viele interessen aus allen richtungen frankfurt ist quasi lotto millionär chico ja wir haben wir sitzen wir sind der auch wir haben angerufen und gesagt ich würde gerne alle taxis in dortmund bestellen ich will wissen wie viele es gibt hat es nicht einmal gemacht übrigens er hat gesagt ich bezahl dir auch und so fühlt es gerade ein bisschen für mich an und ich kann wirklich sagen ich finde es auf der einen seite dass der mensch oliver glasner den ich im jahr bis zum ende des jahres 2022 erlebt habe dass der geht und dass dieser trainer geht finde ich brutal schade dass der trainer geht den ich jetzt in den letzten vier monaten gesehen habe finde ich nicht schade sondern finde ich die richtige entscheidung nehmen wir jetzt mal an glasner schafft das noch sich bestmöglich zu verabschieden ergo den dfb pokal zu gewinnen ja ist es nicht eine der absurdesten bilanzen die wir jemals von einem trainer bei dem verein gesehen haben dass er irgendwie in europa league gewinnen dfb pokal gewinnen nach zwei jahren geht ja und das gefühl nicht ist wie kann das sein und wir trauen ihm nach sondern also bei vielen ist ja aber ich habe es würde da da ist eine ambivalenz drin bei vielen auch bei dir glaube ich ja auch ja die ganz schwer zu greifen ist weil das einfach also ligabetrieb und das was im pokal werben passiert ist hat ungefähr so ja es ist nicht ganz ah nicht ganz auf dem level und nicht ganz so viel verbrannte erde damals bei hansi flick gewesen aber das war ja auch irgendwo so wo man sich getrennt hat und es war so ja wir wissen weil es hinter den kulissen irgendwie nicht mehr funktioniert aber du gehst aber hansi wollte doch einfach zum dfb ja klar er wollte aber ich glaube aber ich könnte man dann noch mal aufmachen vielleicht oder glasner in zwei jahren irgendwas was auch immer gewinnt aber mein eindruck ist dass oliver glasner immer nur ein gutes jahr im tank hat ja also mal sagt man seit zweites jahr ist das beste bei der eintracht war das erste ja ja gut das lag halt an dem wolfsburg sind aber da war es auch nur ein gutes jahr aber für mich kommt es auf das zurück was ich gesagt habe ich hatte nicht das gefühl dass oliver glasner unbedingt eintrachttrainer bleiben wollte und dann ist für mich das thema gegessen und ich finde bei der eintracht das ist das was ich vor monaten meinte im podcast als ich zu dir gesagt habe ich glaube bei der eintracht steht der unbequemste sommer seit jahren bevor und ich fürchte wir gehen vollgas darauf zu gerade ja und mein letzter satz ist wenn glasner geschichte ist das ja beschlossene sache und der kader für 23 24 steht und der trainer da steht der wahrscheinlich auch dann kreuscher trainer sein wird dann ist 2024 im sommer auch kreuscher dann ist kreuscher bilanzzeit weil dann ist es seine mannschaft und sein trainer die sich dann eben auch beweisen muss aber das müssen wir noch kurz thematisieren trainer wer dieser krösche trainer dann letztendlich sein kann also ich glaube ich bin da kein fan von aber ich glaube dass krösche rb gene in sich trägt und mein tipp wäre jaisler nicht topmüller ich glaube jaisler ja ich finde topmüller cool also ich weiß ja nicht ob topmüller ready ist das ist viel mehr risiko aber theoretisch das will ich auch mal gesagt ich mag die idee die topmüller theoretische mag nicht dass die eintracht vielleicht das kaninchen sein muss das muss jetzt so nicht sein aber mein ich denke dass ich heiße wird und was man weiß von topmüller also alles was ich weiß ist eigentlich dass er im zwischenmenschlichen in der verbindung zur mannschaft zu den mannschaften bei denen er co-trainer war unter anderem in die bayern sehr sehr gut gewesen sein muss gilt ja auch oder galt unter bei nagelsmanns bayernzeit als derjenige den extrem guten draht zum beispiel auch so jamal musiala gehabt haben muss also jemand der im zweis vielleicht auch gut darin vielleicht ist auf eine empathische art und weise zugriff auf spieler zu kriegen aber ja cheftrainer business ist noch mal eine andere nummer ja hast du jemanden auf der liste krüge also wo ich gerüchte gehört habe und was ich jetzt auch also wäre irgendwie typisch eintracht frankfurt wäre christian ilzer sturm graz trainer habe ich heute auch erst einmal in der verlosung gelesen und das ding ist die sind tabellen zweiter haben theoretische chancen noch meister zu werden in österreich ich glaube wenn matthias jeißle das kunststück fertig bringt mit salzburg nicht meister zu werden gehen die aktien aber mal ganz schnell in den keller und christian ilzer macht da offensichtlich wie gesagt ich kann nichts über den typen oder über das was sturm graz da macht sagen aber zweiter in österreich in schlagt ist dann zu salzburg kann nicht so verkehrt die österreich eintracht pipeline wirklich das ist das macht mich wirklich ein bisschen verrückt aber es wird wohl darauf hinauslaufen wollen wir dicht machen ja dann also wirklich vielen dank oliver glaser für alles und verwachst dich nicht weiter im wachstum eintracht alter es macht mir bisschen sorgen aquí in w Vielen Dank.